Mit versteckter Kamera sind wir bei einer Veranstaltung der jungen Alternative. Der Kaderschmiede der AfD. Wir bekommen einen Eindruck davon, was die AfD plant. Ihr Wort dafür? Remigration. Alle 1,2 Millionen Syrer, die in Deutschland sind, missten halt zurück. Das gilt natürlich auch für die 1,2 Millionen Ukrainer. Und dann missten schon bei 2,4 Millionen die das Landwehr verlassen. Hauptredner der Veranstaltung? Rechtsextremist Dennis Hohloch. AfD-Abgeordneter im Brandenburger Landtag, der zur Wiederwahl kandidiert. Kein Flüchtling darf man auf ein Volksfest oder auf eine öffentliche Veranstaltung. Wir sehen Kinder, die für den Straßenwahlkampf der AfD-Sticker in der Stadt verteilen sollen. Mit der Aufschrift Remigration? Na klar. AfD, alles in Deutschland, also bin ich einfach nur für die AfD. Unsere Recherche beginnt Mitte August. Wir werden auf einen Jugendabend der jungen Alternative Brandenburg aufmerksam. Hauptthema? Remigration. Veranstalter ist Dennis Hohloch, Landtagsabgeordneter aus Brandenburg, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Na, heute schon abgestochen worden? Nein? Dann hast du echt Glück gehabt. Deutschland ist eine Messerrepublik geworden. Und dieses Phänomen ist hausgemacht. Es ist eine importierte Gewalt durch die illegale Massenmigration der Ampelregierung. Der ehemalige Geschichtslehrer, der seit 2020 nicht mehr unterrichtet, möchte vor allem in Schulen aufräumen. Kein Schüler, der kein Deutsch spricht, wird jemals wieder eine normale Klasse in Brandenburg von innen sehen. Eine Migrationsquote von maximal 10 Prozent. Mehr darf es an einer Schule in Brandenburg nicht geben, der Rest wird umverteilt. Mit versteckter Kamera fahren unser Reporter und sein Kameramann nach Eisenhüttenstadt in Brandenburg. Dort angelangt, geht unser Reporter vor und will sich einen ersten Eindruck verschaffen, ob er ohne großes Aufsehen zur Veranstaltung gelangt. Es ist kurz vor 16 Uhr an einem Samstag im Wahlkreisbüro der AfD. Niemand scheint Verdacht zu schöpfen. Es sind um die 20 Leute vor Ort. Überwiegend Männer über 40, aber auch einige Jüngere. Außerdem vier Frauen und Dennis Huloch. Uns fällt ein Mann mit einem Jutebeutel auf. Darauf zu lesen, Cottbus bleibt deutsch. Dann kommen drei Kinder dazu und kriegen von Dennis Huloch einen Stapel Aufkleber in die Hand gedrückt. Die Kinder werden aufgefordert, AfD-Sticker in der Stadt zu kleben. Unser Reporter geht ihnen hinterher und spricht sie draußen an. Sie haben gerade diesen Briefkasten beklebt. Remigration? Na klar, steht auf den Aufklebern. Hier war das? Ja, also das war ich, das war ich und das war ein Freund von mir. Habt ihr das von euren Eltern als Auftrag bekommen? Nein, wir haben heute kein Traum. Uns ist das langweilig. Ich hab alles von der AfD, also ich finde AfD ist sehr gut. Warum? Alles in Deutschland. Ich hab einfach AfD, alles in Deutschland, also bin ich einfach nur für die AfD. Und von den anderen Sachen, also nicht von der AfD, sondern die anderen, steht die Uhr und das SP und so. Ja, davon habe ich nur Schlechtes gehört. Das soll ich, glaube ich, auch nicht. Deswegen Blurartig. Wir zeigen unsere Aufnahmen Rechtsextremismus-Forscher und Soziologe Professor Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Das ist eine Instrumentalisierung, in dem hier junge Menschen, Kinder herangeführt werden, rechtsextreme Propaganda zu verteilen. Aber das ist ein ganz klassisches Beispiel, wie niedrigschwellig, alltagsnah die Vermittlung dann von knallharten neonazistischen Positionen stattfindet. Alles für Deutschland ist eine verfassungsfeindliche SA-Parole. Vor Beginn der Vorträge kommen wir mit Dennis Hohloch ins Gespräch. Er macht direkt deutlich, für ihn sind alle Geflüchteten potenzielle Attentäter. Betretungsvergute, kein Flüchtling davon auf ein Volksfest oder auf eine öffentliche Veranstaltung. Weil dann würden die Leute in Soling noch leben. Aber dann kommen ja die Leute immer und sagen, naja, wir brauchen ja Leute wegen Fachkräftemangel. So, und das ist das Nächste. Das sind ja keine Fachkräfte getroffen. So, das beweisen ja alle Zahlen, die wir haben. 85 Prozent der Syrer haben gar keinen Abschluss. Keinen Schulabschluss und keinen Berufsschulabschluss. Doch die Zahl stimmt nicht. 56 Prozent der nach Deutschland geflüchteten Syrer haben keinen Abschluss. Darunter auch Minderjährige. Nicht 85 Prozent, wie Dennis Hohloch behauptet. Auch das ist Teil des Musters. Mit falschen Informationen, mit falschen Zahlen, mit Übertreibungen zu arbeiten. Auch die Hintergründe hinter den Zahlen auszublenden. Es liegt ja zum Teil daran, dass Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden. Wir sprechen auch mit Aussteiger Alexander Leschig. Er war von 2014 bis 2021 in der AfD. Zwischenzeitlich sogar im Bundesvorstand der Jungen Alternative. Er trat aus der Partei aus, weil sie für ihn zu extrem wurde. Die Jungen Alternative ist de facto heute eine Jugendorganisation von Björn Höcke und den völkischen Strömungen in der AfD. Die J.A. ist durchradikalisiert. Es gibt keine Brandmauern mehr, keine roten Linien mehr, hin zu Bewegungen wie der Identitären Bewegung, hin zu rechtsradikalen und rechtsextremen Vereinsstrukturen. Auch ihm zeigen wir die Aussage von Dennis Hohloch. Was da passiert, ist ja im Endeffekt die Unterstellung, dass jeder Flüchtling grundsätzlich ein potenzieller Terrorist ist. Das ist ein Generalverdacht und eine pauschale Verächtlichmachung dieser Bevölkerungsgruppe und von der ich in der Dramatik sehr überrascht bin. Zurück beim Jugendabend der J.A. in Eisenhüttenstadt. Dennis Hohloch beginnt seinen Vortrag. Dass es in Deutschland nicht mehr sicher sei, ist eines seiner Lieblingsthemen. Das gibt praktisch keine Sicherheit. Für niemanden gibt es heute eine Sicherheit, wenn er zum Bahnhof nach Eisenhüttenstadt geht und nach Berlin fährt, dass er da auch wieder sicher ankommt. Nirgends in Deutschland sei es mehr sicher. Ein Thema, das Dennis Hohloch auch online gern bespielt. Mittlerweile sind 13 Millionen Ausländer in Deutschland. Und davon reden wir vor allem von vielen, vielen Millionen illegal Eingereisten. Die dafür gesorgt haben, dass die Sicherheitslage auf unseren Straßen so ist, dass wir unsere Frauen und unsere Kinder nachts, aber selbst am Tag nicht mehr rausgehen lassen können, ohne Angst haben zu müssen, dass ihnen irgendwas passiert. Professor Matthias Quent sieht eine klare Strategie hinter solchen Aussagen. Das sind klassische Argumentationstechniken, mit denen eine Stimmung erzeugt werden soll, die feindselig ist gegenüber Zuwanderung. Beim Jugendabend kommt der nächste Redner ans Pult. Jean-Pascal Hohm, 27, Vorsitzender der jungen Alternative Cottbus. Auch er kandidiert für den Brandenburgischen Landtag und ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Ja, liebe Freunde, Sie sind endlich da, die Abschiebekalender der AfD Cottbus mit den zwölf schönsten Abschiebefliegern. Im Monat Januar haben wir dieses schöne Flugzeug und den Spruch Abflug statt Sozialbetrug. Für eine Spende von 10 Euro an die AfD bekommt man diesen Kalender. In diesem Video appelliert er an die deutsche Jugend, sich auch mit Gewalt gegen Migranten zu wehren. Betreibt Kampfsport, bildet Gemeinschaft und werdet wehrhaft. Gerade in einer Situation, in der man unser Land, unsere Städte mit Millionen kulturfremden flutet, die sich hier wie Eroberer verhalten, müssen wir uns verteidigen können. Das sind Aufrufe zur Vorbereitung zur Gewalt. Der junge Mann bringt das hier smart und adrett rüber. Aber es ist überhaupt nichts anderes als die Wehrsportgruppen und die Skinhead-Gruppen in den 1980er und 1990er Jahren. In seiner Rede behauptet der Cottbusser, dass alle jungen Ostdeutschen genug von Ausländern hätten. Sei es bei uns in Diskotheken, wo man nicht nur bedroht wird, sondern wo man auch teilweise mit einem Messer angegriffen wird. Sei es in der Innenstadt, wo Horden von migrantischen Jugendlichen, deutschen Jugendlichen überfallen. In Telegram-Gruppen der jungen Alternative findet man seit Wochen einen umgetexteten Party-Hit, der KI generiert ist. Den sogenannten Abschiebesong. Hier mein Instinkt, heute fliegen alle nach Haus, es hat sich hier keiner benommen. Wir sind voll am Feuer, sie werden nie wieder kommen. Hey, jetzt geht's ab. Wir schieben sie alle ab, sie alle, hey. In den sozialen Medien posten Mitglieder der JA Brandenburg, wie sie ausgelassen zu dem Song tanzen. Musik war schon immer ein zentrales Mittel des Rechtsextremismus. Es dient dazu, die Programmatik, die völkische Programmatik der AfD in die Klassenräume, in die Kinderzimmer, in die Diskus zu tragen. Jean-Pascal Hohm hetzt in seiner Rede weiter gegen Migranten. In der Schule kriegt man kein Wissen mehr vermittelt, sondern man kriegt in einer Hofpause immer nur Frisches von den Ausländern und darf dann irgendwie seine Schneidezähne auf dem Schulhof sammeln. Mit Frisches Kriegen meint Jean-Pascal Hohm von Ausländern verprügelt zu werden. Der, der eigentlich abstammungstechnisch aus Syrien kommt und jemanden in der Innenstadt absticht, ist dann auf einmal ein deutscher Staatsbürger. Und deswegen wäre ich schon immer stutzig mittlerweile, wenn ich in der Bild-Zeitung lese, Messerstecherei in Schießmichtodung von Nordrhein-Westfalen ist das meistens. Der Täter war deutscher Staatsbürger. Richtig. Schreibt doch gleich, dass er eine ausländische Abstammung hat. Genau. Unser Reporter will Jean-Pascal Hohm draußen darauf ansprechen. Im Gespräch behauptet er, dass es doch ganz einfach wäre mit der Remigration. In Syrien sind 80% des Landes verfriedet. Ich war selber letztes Jahr in Syrien. Ich war in der Disco. Also man kann da halt leben. Das heißt, alle 1,2 Millionen Syrer, die in Deutschland sind, müssen halt zurück. Weil der Grund, warum die hier Schutz auf Zeit bekommen haben, ist ja nicht mehr gegeben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die 1,2 Millionen Ukrainer. Wenn der Krieg dort vorbei, dann gibt es ja auch. In der Ukraine ist kein Krieg. So, auch in Kierke ist kein Krieg. Also könnten die Leute theoretisch stahlen zurück, dann bist du schon bei 2,4 Millionen, die das Land wieder verlassen. Ja.